Ich brauche etwas, um den Trott meiner Avocado-Tusts zu durchbrechen. Jenen Moment, in dem ich eine Avocado von Kern und Haut befreie, sie zermatsche, mit ein wenig Olivenöl, Koriander und Salz, verrühre und ein getostetes Sauerteigbrot dick damit beschmiege. Daran ist nichts auszusetzen außer der Regelmäßigkeit mit der es bei mir ein Mittag- oder gar Abendessen ersetzt. Ich brauche etwas weniger Weiches, weniger Grünes, etwas mit Herz und Seele und Schneid. Also röste ich heute eine dünne Scheibe Sauerteigbrot von beiden Seiten im Backofen, beträufle sie mit Olivenöl und streiche in Doja darauf jene weiche, scharfe italienische Streichwurst, die es in großen Supermärkten und italienischen Feinkostgeschäften gibt. Ich lege sie noch einmal unter den Backofengrill und beruhige ihr Chili-Tempera, münd danach mit einer dicken Scheibe kalkweißem Ziegenquark. Bruschetta dicke Scheibe Sauerteigbrot oder CIA Butter Olivenöl in Doja 85 g weicher Ziegenquark oder Käse 5 OG Thymian minus 3 Zweige schwarze Oliven 4 bis 6. Das Brot von beiden Seiten unter dem Backofengrill leicht rösten. Die eine Seite mit so viel Olivenöl beträufeln, dass sie gründlich befeuchtet ist. Eine Scheibe Doja auf dem Brot verstreichen, den Ziegenquark und die Thymianblätter darauf legen, etwas Öl darüber tröpfeln und ein paar Minuten unter den Grill schieben, bis die Doja warm ist. Die Oliven dazu legen, mit noch etwas Olivenöl beträufeln und sofort essen. Er gibt ein Sandwich für E-Person.